Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich sprechen über die weiteren Entwicklungen, nachdem es diesen Brief von Parolin, vom Staatssekretariat an die DBK gab. Vor allem die interessante Reaktion und die Sticheleien Bischof Betzings gegen den Papst, der ja in einem Interview auch hier Kritik angebracht hatte am Synodalen Weg in Deutschland und auch weitere Vertreter, was die so gesagt haben. Bleiben Sie gerne dran. Vorab aber vielleicht einen kurzen Bericht. Ich hatte ja einen Short gestern Abend noch hochgeladen, um sie ja nicht ganz im Dunkeln zu lassen. Ich war gestern eingeladen zu einer Podiumsdiskussion mit Weihbischof Zekorn von Münster und Birgit Mock vom Synodalen Weg. Es war eine Veranstaltung der KSHG in Münster, also der Studierendengemeinde und ja, ich war eigentlich hingekommen oder ich wurde eigentlich hinzugezogen zu dieser Diskussion, weil der Weihbischof Zekorn mich darum bat, um nicht der Einzige mit kirchlicher Position zu sein und dann nicht der Buhmann zu sein, auf den man dann einschlägt, denn er sollte sich, dafür war die Veranstaltung vor allem da, sich rechtfertigen für sein Abstimmungsverhalten bei der letzten Vollversammlung. Er hatte nämlich gegen den Grundtext des Synodalforums 4, Leben in gelingenden Beziehungen, abgestimmt. Das war dieser Text, der keine notwendige Zweidrittelmehrheit der Bischöfe bekam und er gehörte zu diesen Bischöfen und sie wissen selber, was es da dann für einen Skandal gab. Also er sollte sich da rechtfertigen und er als Mann, als Geweihter und dann auch noch mit kirchlicher Position fühlte sich sehr im Nachteil und hat sich dann überlegt, ich frage mal eine Frau mit kirchlicher Position, die mir da den Rücken stärkt. Deshalb hat er mich auch angesprochen, schon vor langer Zeit. Ich hatte um Bedenkzeit gebeten und dann auch zugesagt. Gestern war also die Veranstaltung, ich hatte mir sehr viel zurechtgelegt, um ja etwas auch einzubringen und wenn ich jetzt so über diese Dinge spreche, liegt das einfach auch daran, dass ich das noch nicht alles so ganz verarbeitet habe. Ich konnte auch gestern kaum einschlafen. Deshalb klingt das jetzt alles sehr negativ und das war eigentlich vielleicht gar nicht so negativ, denn zum Beispiel die Stimmung war viel besser als gedacht. Es war überhaupt gar nicht bissig, es war überhaupt gar nicht so vorwurfsvoll wie befürchtet. Das war ein sehr versöhnlicher Umgang miteinander. Die Leute haben auch außer einen, aber das war auch ein Priester, der ist dafür bekannt, so zu sein. Die Leute haben auch wirklich sehr nett gefragt oder also sich eingebracht. Das war alles auf einer sehr entspannten und doch respektvollen Ebene. Ich habe mein Impulsreferat gehalten, so wie alle das auch gemacht haben, habe versucht etwas Grundsätzliches zu sagen. Alles schön und gut, aber dann gab es ja die Diskussion und ich fühlte mich komplett isoliert. Ich saß noch auch so sehr am Rand und aber ich hatte das Gefühl, dass Bleibischof Zekorn und Birgit Mock eigentlich nur miteinander ein Gespräch geführt haben. So fühle ich mich. Also das ist so ein bisschen mein Eindruck. Einige Sachen konnte ich sagen und nachher kamen auch viele auf mich zu und haben mit mir darüber gesprochen. Die fanden es auch gut, dass ich da war etc. Ich freue mich auch sehr, dass so viele, die mein Apostolat feiern, da waren und die das kennen und das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Jetzt aber zu dem eigentlichen Thema des Videos. Als ich das letzte Video zu dem Parolin-Brief mit den ersten Reaktionen geschnitten habe und also in der Produktion war, sah ich, dass es noch einige neue Meldungen gab, die ich noch gerne hätte ins letzte Video reingebracht, aber es ging einfach gar nicht mehr und deshalb möchte ich heute beginnen mit dieser Meldung, die auch noch sehr bemerkenswert ist und zwar Johannes Norput hat sich gemeldet. Es ist ja der Sprecher des betroffenen Beirats bei der DBK und er ist so eben diese Schlagzeile hier fassungslos über Vatikanaussagen zu Missbrauch. Also noch mal zur Erinnerung, der Brief des Staatssekretariats an die Deutsche Bischofskonferenz, also behandelte das Thema des Synodalen Rats, denn der Synodale Rat soll ja durchgezogen werden und wiederholt gab es dazu ja auch schon Warnungen oder Kritik von Rom, dass das nicht einfach eingeführt werden kann. Und das wird ja trotzdem jetzt weiter angestrebt vom Synodalen Weg und deshalb gab es jetzt dann noch mal diesen Brief. Das ist das Hauptthema des Textes, aber also anscheinend sind Norput einige Aussagen zum Missbrauch sauer aufgestoßen. Er wird hier zitiert, die ranghöchsten Vertreter der Vatikanischen Führungselite bemächtigen sich in dem Brief einer relativierenden Sprache im Kontext der größten Krise der katholischen Kirche in der Neuzeit. Der Brief und seine Aussagen zum Missbrauch fielen auch Papst Franziskus zurück, da dieser das Schreiben in forma specifica approbiert und es damit mit seiner ausdrücklichen Zustimmung und Autorität versehen habe. Jetzt wird es wieder zitiert. Damit muss sich Papst Franziskus den Brief und die den Missbrauch abschwächende Formulierung zuschreiben lassen. Eine Formulierung, in der schlussendlich eine solch massive apostolische Arroganz und Ignoranz deutlich wird, wie man sie dem aktuellen Pontifex eigentlich nicht zugetraut hätte. Also damit Sie Bescheid wissen, Norput ist für sehr spitze Aussagen bekannt und auch eine scharfe Zunge bekannt. Also. Und jetzt geht es weiter. Ich weiß jetzt nämlich noch gar nicht, um welchen Satz es geht. Konkret bezog sich der Sprecher auf einen in der Debatte wenig beachteten Satz am Anfang dieses Briefes von Parolin und den beiden Kurierkardinellen. Hier wird dieser Satz zitiert. Im Hinblick auf dieses Treffen möchten wir zunächst den Bischöfen erneut für die großen Anstrengungen danken, die sie bei der Untersuchung des abscheulichen Verbrechens des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen durch Männer, darunter Kleriker, und Frauen der katholischen Kirche sowie der oft unzulänglichen Vorgehensweise einiger Hirten der Kirche unternommen haben. Das ist der Satz, der ihn sprachlos zurücklässt. Der Satz hatte nach der Veröffentlichung des Briefs in den sozialen Netzwerken und Kommentaren in den Medien vereinzelt Kritik ausgelöst. Bemängelt wurde unter anderem, dass die Aussage eine Relativierung der Missbrauchstaten durch Kleriker darstelle, weil diese nur in Klammern und neben anderen Männern und Frauen als Missbrauchstäter erwähnt würden. Also nochmal, der Missbrauch in der katholischen Kirche durch Kleriker vor allem ist ja eigentlich das Hauptaugenmerk und weil diese in Klammern stehen und weil auch die Rede von Frauen ist, werden diese Haupttäter relativiert. Das ist der Vorwurf. Außerdem wurde kritisiert, dass der Hinweis auf die unzulängliche Vorgehensweise einiger Hirten der Kirche den Eindruck vermittele, dass das Problem des zögerlichen und unzureichenden Umgangs mit Missbrauchstätern nur das Problem einiger Verantwortungsträger in der Kirche sei. Das ist für ihn deshalb ein Kritikpunkt, weil er so wie es verbreitet ist eigentlich auf dem Synodalen Weg davon ausgeht, dass das System, die Strukturen der Kirche eigentlich schuld daran seien und nicht, dass das nicht in der Verantwortung der Kleriker, also einzelner Kleriker liege, sondern dass das quasi schon in der Struktur, in der pathologischen Struktur begründet liege. Verstehe ich das richtig? Bitte korrigieren Sie mich. Also davon ausgehend kann ich nachvollziehen, warum das für ihn ein kritikwürdiger Punkt ist. Nicht erst seit 2010, sondern bereits seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts machen Studien weltweit Umfang, Tragweite und systemisches Fundament von sexualisierter Gewalt, von der Vertuschung, Strafvereitelung und fehlender Opferfürsorge in der katholischen Kirche deutlich, so Norpoort. Er hat wirklich ein gnadenloses Urteil gegen die Kirche. Man merkt, dass er ein sehr, sehr feindseliges Verhältnis zur Kirche hat, zur Kirche auch als Struktur. Und das tut mir wirklich, wirklich leid. Und ich kann ihn auch ein Stück weit verstehen, weil er betroffener ist, klar. Und viele sehen dann nur noch schwarz und können eben die Kirche nur von ihrer schlechtesten Seite sehen, sozusagen. Aber es gibt auch andere, muss man sagen, es gibt auch andere Betroffene, die eine andere Schlussfolgerung daraus ziehen. Die sagen, der, der mir das angetan hat, hat ein Gesicht, der hat eine Identität und ich weiß, dass er das verschuldet hat. Und dass ich das dann nicht sozusagen auf einer diffusen Ebene anonymisieren kann und sagen kann, also generell und pauschalisieren kann. Dass da etwas nicht in Ordnung ist, dass Vertuschung etc. stattgefunden hat, das darf man nicht herunterspielen. Natürlich nicht. Aber zu sagen, pauschal die ganze Sozialstruktur der Kirche sei schuld daran oder sogar die apostolische Struktur. Eine Relativierung dieser nachgewiesenen Quantitäten und Qualitäten von Missbrauch im Jahr 2023, so Walter Norbrot, bedeute letztlich, dass all diese Studienergebnisse bewusst negiert würden. Ich kann dazu wenig sagen, weil ich mich nicht hingesetzt habe und all die Studien einfach mal studiert habe und zusammengetragen habe und im Überblick sehen kann, wie die Tragweite ist und auch der Umfang und die, ja, auch methodisch, wie diese Studien einzuordnen sind. Wir sehen das ja bei der MHG-Studie, da wird sehr viel mit Spekulationen gearbeitet, die unbelegt bleiben. Und auch wie man diese MHG-Studie rezipiert, dass sie schon fast zum alleinigen Referenzpunkt wird, unhinterfragt, schon fast wie ein Dogma. Also deshalb sehe ich das erstmal mit Vorbehalt, was er hier sagt, weil ich mir selber nicht ein Bild davon gemacht habe. Der kirchliche Kinderschutzexperte Hans Zollner hat sich da vorsichtiger geäußert und sieht das alles eher zurückhaltender mit diesem Satz, der auch eben immer wieder kritisiert worden ist. Er meint, er betont zwar, dass er verstehen könne, dass manche diese Aussage in dem Brief als Relativierung der Missbrauchstaten durch Kleriker interpretierten, aber ob diese Interpretation von den Intentionen des Briefautoren gedeckt ist, weiß er nicht. Sollte es jedoch so sein, wäre dies Unsinn. Es kann nicht oft genug betont werden, dass systemische Ursachen wie Missbrauch von großer Bedeutung sind und im System Kirche, Kleriker und damit auch im Blick auf den Missbrauchskomplex eine besondere Rolle spielen. Als ob es wirklich so unbestritten sei, dass die systemischen Ursachen schuld seien am Missbrauch und dass das System Kirche, Kleriker schuld daran sei. Ich finde das immer sehr heftig, dass man ja im Grunde die Grundstruktur, also diese Dinge, die hier betroffen sind, was die strukturellen Gegebenheiten anbelangt, ja diese Gegebenheiten sind, die von der ersten Stunde der Kirche an gegeben waren und eigentlich schon in Jesus Christus selbst gestrukturiert sind. Dass er eben das apostolische Fundament durch den Zwölferkreis ja schon Grund gelegt hat und dass man hier dann den Teufel entdeckt sozusagen. Genauso wie wenn man sagt, die DNA der Kirche sei verseucht oder sowas. Die DNA der Kirche ist die DNA Christi. Wenn wir sagen, die Kirche ist sein Leib, dann beleidigt man ja Christus. Deshalb finde ich das schon irgendwie, vor allem wie das einfach so unhinterfragt immer wieder gesagt wird. Die systemischen Ursachen, die systemischen Ursachen. Ich gehe mal weiter, denn der Rest ist schon bekannt. Ich möchte nämlich sprechen über Betzings Sticheleien. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenzbischof Georg Betzing hält es für fragwürdig, Kirchenführungen durch Interviews wahrzunehmen, wie Papst Franziskus es tue. Im Interview mit der Zeitung Die Welt sagte Betzing am Freitag, dass beim Adlimina-Besuch die Gelegenheit bestanden hätte, direkt mit den deutschen Behörden über den synodalen Weg zu reden. Warum hat der Papst nicht mit uns darüber gesprochen, als wir im November bei ihm waren? Naja, er hat ja eigentlich schon alles gesagt, was er sagen wollte, als sie bei ihm waren. Und anscheinend haben sie es nicht richtig verstanden oder wollten es nicht hören und wundern sich jetzt darüber. Ich will ja nichts sagen, aber er beschwert sich über Papst Franziskus, dass er diese Dinge in Interviews sagt und er beschwert sich darüber in einem Interview. Leider kann ich das Weltinterview nicht ganz lesen. Es ist hinter einer Paywall. Hier kann ich höchstens die erste Frage und die erste Antwort lesen. Die erste Frage lautet, Herr Bischof, am Montag hat der Vatikan in einer schriftlichen Erklärung einen Kernbeschluss des deutschen Reformprozesses Synodaler Weg abgelehnt. Die synodalen Räte, in denen Laien bistumsübergreifend und auch innerhalb der Bistümer und Pfarreien an der Leitung der Kirche beteiligt werden sollten. Was wollen sie jetzt tun? Und Bischof Betzing sagt daraufhin, es besteht offensichtlich bei manchen die Angst, dass durch ein solches Gremium die Entscheidungshoheit eines Bischofs begrenzt werden könnte. Aber genau das ist eben nicht geplant. Also das wissen wir schon von anderer Stelle, dass er so eingestellt ist. Und dass er meint, und das sagt er ja auch. Ich glaube, das ist auch in der Stellungnahme zu den neuen Statut kurialer Leitungsstrukturen des Bistums Limburg so gesagt worden. Im Grunde geht es bei diesem Bistumsteam ja auch um einen Synodalen Rat, der im Grunde diese Aufgabe übernehmen soll, was jetzt für den Synodalen Rat geplant ist. Ich gehe jetzt also weiter im katholisch.de-Artikel, weil er das alles zusammenfasst und ich, wie gesagt, diesen Weltartikel selbst nicht lesen kann. Also er kritisiert die Art und Weise, wie Papst Franziskus mit den deutschen Bischöfen umgeht, dass er nicht ihnen direkt ins Gesicht sagt, was er meint. Naja, das stimmt nicht ganz. Er sagt Dinge, er schreibt Dinge auch ganz deutlich. Er macht das seit drei Jahren, seit mehr als drei Jahren, muss man sogar sagen. Und die deutschen Bischöfe und die ganzen Katholiken in Deutschland deuten seine Worte eigentlich die ganze Zeit um. Also, er ist ja eigentlich schon deutlich, aber man will es ja nicht hören oder sehen. Was hat denn der Papst gesagt? Vielleicht sollten wir einmal ganz kurz in diesen Brief reinschauen. Und zwar hat der Papst unter anderem gesagt, der Synodale Weg sei keine Synode, kein echter Synodaler Weg. Es ist nur dem Namen nach ein Synodaler Weg. Keiner, an dem das Volk Gottes als Ganzes beteiligt ist, sondern einer, der von einer Elite veranstaltet wird. Und ich habe das, habe ich das schon im letzten Video angedeutet, also zumindest ist mir aufgefallen, weil ich ja auch den Brief gelesen habe, der dann, also ich habe selbst an diesem Brief nicht mitgearbeitet, aber ich habe den Brief intensiv studiert und auch unterschrieben, der nämlich dann an den Papst ging, als wir dann in Rom waren, von der Initiative Neuer Anfang aus. Und ich merke, dass er diesen Brief gelesen hat. Weil die Dinge, die er hier schreibt, wirklich auf dieser Diagnose oder auch auf der Analyse dieses Briefes angelehnt ist. Auf, an diese Analyse angelehnt ist. Also es ist nur dem Namen nach ein Synodaler Weg. Es ist keine echte Synodalität in dem Sinne, wie er sie versteht. Vor allem ist das kein Gremium, das repräsentativ ist. Es repräsentiert nicht die katholischen Laien in Deutschland oder also die katholischen Gläubigen, sondern die Leute, die beim Synodalen Weg mit dabei sind, repräsentieren eigentlich nur den Funktionärskatholizismus. Einige Probleme der Kirche, die auch zu nennen sind natürlich, werden genannt beim Synodalen Weg. Das erkennt er auch an. Aber nach welchen Kriterien löst man sie? Das ist eben für ihn der springende Punkt. Er sagt, auf der Grundlage ihrer kirchlichen Erfahrung, in dem sie von der Tradition der Apostel ausgehen und sie auf die heutige Zeit übertragen. Das wäre der eigentliche katholische Weg. Stattdessen geht man vor auf Grundlage soziologischer Daten. Und das sei eben das grundlegende Problem. Man macht diese soziologischen Daten sozusagen zur theologischen Erkenntnisquelle. Bei der von ihm ausgerufenen Weltsynode betont das Kirchenoberhaupt immer wieder die spirituelle Ebene des Ereignisses. Konkrete Reformen stehen bei diesem dauernden Prozess nicht auf dem Plan. Stattdessen geht es vor allem um Fragen des künftigen Umgangs der Katholiken miteinander. Umfragen unter Gläubigen weltweit hatten in der ersten Phase gezeigt, dass sie sich in vielen Ländern mehr Mitverantwortung, weniger Klerikalismus und eine Förderung der Frauenrechte wünschen. In Bezug auf den Synodalen Weg in Deutschland zeigte sich das Kirchenoberhaupt aber dann doch wieder versöhnlich, heißt es hier in dieser Zusammenfassung. Wir müssen geduldig sein, einen Dialog führen und diese Leute auf dem wirklichen Synodalen Weg begleiten. Auf dem wirklichen Synodalen Weg. Und wenn Sie einfach mal die letzten päpstlichen Aussagen zu dem deutschen Synodalen Weg sehen, dann wird Ihnen auffallen, dass er immer vom sogenannten Synodalen Weg spricht. Der sogenannte Synodale Weg, weil er davon überzeugt ist, dass er kein echter Synodaler Weg ist. Der echte Synodale Weg ist das, was weltweit gerade angestrebt werde. So die Auffassung des Papstes. Also man muss auf dem Synodalen Weg sein, also begleiten. Ziel sei, diesem eher elitären Weg, der Synodale Weg in Deutschland ist ein elitärer Weg, zu helfen, damit er nicht irgendwie schlecht endet, sondern auch in die Kirche integriert wird. Und soweit. Also er sagt unter anderem, der Synodale Weg in Deutschland ist elitär, weil er eben nur den Funktionärskatholizismus repräsentiert und es ist auch, das muss man sagen, sehr parlamentarisch, das hat er schon an anderer Stelle immer wieder kritisiert, und dass man einander nicht zuhört, dass man nicht gemeinsam auf den Heiligen Geist hört. Also Betzing kritisiert diese Aussagen, die der Papst gemacht hat. Und er äußerte sich auch dann nochmal zum Schreiben des Staatssekretärs Parolin und der Mitunterzeichner Oele und Ladaria. Und er sagt, die Kritik geht nach seiner Ansicht nicht völlig ins Leere. Es stimme, dass es grundverschiedene Vorstellungen von Synodalität gebe. Das finde ich ja gut, dass er das einlädt. Der Papst versteht darunter ein breites Sammeln von Impulsen aus allen Ecken der Kirche. Dann beraten Bischöfe konkreter darüber und am Ende gibt es einen Mann an der Spitze, der die Entscheidung trifft. Und das hält er nicht für die Art von Synodalität, die im 21. Jahrhundert tragfähig ist, sondern er hat eben ein parlamentarisches Verständnis von Synodalität. Die deutschen Bischöfe suchen im Rahmen des geltenden Kirchenrechts eine Möglichkeit des wirklichen gemeinsamen Beratens und Entscheidens, dass da nicht einer an der Spitze sozusagen die Entscheidung trifft. Das ist aber die Art und Weise, wie das funktioniert. Vom apostolischen Fundament her, von dem Grundgedanken her, dass das letzte Wort beim geweihten Amtsträger liegt, nicht weil er so toll ist, weil er besser ist als die anderen, sondern weil das mit seiner Leitungsvollmacht zusammenhängt, die ihm übertragen ist durch die Bischofsweihe. Und dann sagt er etwas, das finde ich auch gut, dass er merkt, dass man darüber noch reden muss, dass man überlegen muss, dass die Regelungen, dass nicht die Regelungen außer Kraft gesetzt werden, die die Autorität des Bischofs betreffen. Wie das eben geschehen soll, das sei noch zu besprechen. Betzing zeigt sich für einen Mittelweg offen, sagt er übrigens auch, die auf der Würzburger Synode zurückgehende gemeinsame Konferenz von DBK und Zentralkomitee der ZDK könne in ihren Aufgaben aufgewertet werden. Das ist interessant, das ist sozusagen Plan B, wenn das mit dem Synodalen Rat nicht klappt, dass man diese gemeinsame Konferenz wieder in den Mittelpunkt stellt, als Rückfalloption sozusagen, dass man bei diesem Modell bleibt und auch da einfach noch ein bisschen das anreichert mit weiteren Aufgaben. Es ist schon interessant, wie man jetzt versucht, strategisch zu überlegen, dass man trotzdem auf sicherem Boden steht, ohne dass man sich schismatisch macht. Naja, das macht man sich aber eigentlich schon längst. Aber zumindest in diesem Punkt nicht. Kein Verständnis zeigt er übrigens für den Vorwurf Roms, dass das Ganze eine ideologische Debatte in Deutschland sei. Also der Papst hat gesagt, dass da viel Ideologisches hineinfließe und sagt, dass es vor allem jetzt bei dem Beispiel Zölibat total falsch sei. Die Frage werde schon seit 60 Jahren diskutiert und Papst Franziskus hätte die Debatte selbst bei der Amazonas-Synode zugelassen, das jetzt als ideologische Debatte zu bezeichnen, wo der Heilige Geist sozusagen fluchtartig den Raum verlässt. Was soll das? Und es ist interessant, wie Paz sich hier auch wird. Aber ich kann verstehen, dass ihm langsam die Nerven gehen. Und was auch sehr interessant ist, das sagen viele, die auch gerade das Pontifikat des Papstes eher kritisch sehen oder viele Dinge eben kritisch beäugen, dass Bischof Betzing im Grunde sehr entlarvend hier spricht. Denn sie sehen das auch so, dass der Papst und das Rom hier auch so überhaupt den synodalen Weg in Deutschland kritisiert, keinen Sinn macht, weil vieles davon ja selbst auf weltkirchlicher Ebene angestrebt werde. Und hier jetzt eben der Verweis auf die Amazonas-Synode. Ich muss dann aber natürlich dazu sagen, ja, aber was genau hat er denn gesagt? Der hat das viel gemäßigter gesagt und nicht in diese Richtung, wie das die deutschen Katholiken eigentlich anstreben. Und der hat ja auch dann in dem Abschlussdokument eine andere Linie eingeschlagen, als man erhofft hatte. Man war ja sehr enttäuscht gewesen darüber. Man dachte ja, dass der Papst hier jetzt die Viripobati einführen würde, also gestandene Männer, die also auch als verheiratete Männer das Priestertum ausleben. Und das ist dann ja doch nicht eingeführt worden. Und sie waren da alle auch so total enttäuscht. Da kam also wirklich diese... Man hat darauf gewartet, dass hier sozusagen ein Präzedenzfall geschaffen werde, damit man sich darauf berufen kann beim synodalen Weg. Von daher zu sagen, ja, bei der Amazonasenode hat man die Debatte doch auch zugelassen. Hat man, man hat halt zugehört, aber am Ende doch anders entschieden. Also spielt das sowieso keine Rolle. Und doch kann ich dem etwas abgewinnen, dass man sagt, naja, der Papst sagt in vielen Punkten ja so ähnliche Dinge oder lässt ähnliche Dinge zu, aber hier bei uns kritisiert er das. Darüber muss man schon nachdenken und auch ein bisschen tiefer graben und die Ursprünge etc. den Ursprüngen vielleicht auch ein bisschen mehr nachgehen. Da möchte ich auf jeden Fall offen für sein. Sagen wir es mal so. Und Sie wissen selber, dass ich auch schon öfter Dinge, die Papst Franziskus gemacht hat, in den letzten Jahren auch kritisiert habe. Dinge auch mit wachsamen Augen begleite. Und doch frage ich mich, ob das an dieser Stelle, also mit Blick auf das Papier der Amazonasenode, ein zutreffendes Beispiel ist. Ob das in dem Fall überhaupt gilt. Naja, das sei ja dahingestellt. Gerne können Sie darüber in den Kommentaren schreiben. Betzing betont übrigens auch, dass er persönlich vom Papst bestärkt wurde, die Konsequenzen aus diesen Skandalen des Missbrauchs zu ziehen. Und er wundert sich dann, dass der Papst dann doch wieder kritisiert. Und die Frage ist, versteht er den Papst sonst an anderer Stelle nicht? Versteht er die Interventionen Roms an anderer Stelle nicht, dass er hier einen Widerspruch sieht? Denn wir als Zuschauer sozusagen, als Außenstehende, sehen da ja immer wieder die Kritik und die Einwände etc. und sind eigentlich gar nicht verwundert, dass jetzt hier diese Kritik des Papstes kommt. Er wundert sich, dass er erst mal ermutigt wird. Ja, aber die Sache ist ja die. Welche Konsequenzen man aus dem Skandal zieht, spielt schon eine Rolle. Der Papst sagt es ja in dem Interview. Es ist wichtig, dass man diese Dinge angeht, aber auf welche Weise gehen wir sie an? Und er kritisiert eben die Art und Weise, wie das die deutschen Bischöfe versuchen. Und dann wird hier natürlich wieder kritisiert, dass man die systemischen Ursachen und Hintergründe etc. dieses Missbrauchsskandals nicht sehen will. Und die katholische Kirche in Deutschland fühlt sich unverstanden, weil sie ja, die MHG-Studie hat das ja bewiesen, aber der Rest der Weltkirche will nicht darauf hören. Dass man sich vielleicht mal langsam fragen muss, was leistet die MHG-Studie wirklich und inwiefern kann man sie zur alleinigen Erklärungsgrundlage als Beleg sozusagen heranziehen? Das wird gar nicht hinterfragt. Dann gab es noch eine Aussage, auf die ich jetzt gar nicht so intensiv eingehen möchte, von Wiesemann. Er sagt, ich glaube, dass der Papst nicht so gut informiert ist und deshalb diese kritischen Dinge sagt. Na ja, der Papst ist sehr gut informiert. Das ist eben der springende Punkt. Er lässt sich nicht mehr an der Nase herumführen durch Beschwichtigungen und durch Verschleierungen und herunterspielenden Darstellungen des synodalen Weges, wie sie in den letzten Jahren geschehen sind, sondern er hört sich auch an, was andere Stimmen zu sagen haben. Und na ja, die Initiative Neuer Anfang hat da auch nicht wenig Anteil, da da ja eben ein ganz reger Austausch mit den Kurienkardinellen etc. herrscht und da auch immer wieder Informationen weitergibt, was hier gerade eigentlich von wem ganz wortwörtlich gesagt worden ist, was in den Texten schwarz auf weiß steht. Die sind übersetzt und nach Rom immer wieder gesandt worden und das wird auch in Zukunft weiterhin geschehen, sodass sich Rom ein eigenes Bild davon machen kann, unabhängig von dem, was dann die deutschen Bischöfe bei ihren Audienzen in Rom, bei ihren Besuchen dann sagen und wie sie dann den synodalen Weg darstellen. Bischof Wiesemann weist deshalb dann auch diese Kritik des Papstes zurück, der synodale Weg sei ein elitärer Prozess und meint, dass der synodale Weg in einen weltweiten Prozess eingebunden sei und dass die Beschlüsse vollkommen im Rahmen des Kirchenrechts stehen würden. Da frage ich mich aber, warum sagen die Kirchenrechtler was anderes? Ich habe ja Lüdecke in der letzten Woche zitiert. Lüdecke ist ein liberal eingestellter Kirchenrechtler und wenn er schon sagt, Leute, das geht schon zu weit, dann trotzdem noch daran festzuhalten, an dieser Illusion, dass hier alles noch mit rechten Dingen zugeht, naja. Es gibt noch eine längere Stellungnahme von Magnus Stried, dem Fundamentaltheologen in Freiburg. Das werde ich Ihnen dann im nächsten Video einmal vorstellen, weil das ein bisschen länger ist und das Video geht auch schon lang genug. Ich werde ein bisschen mehr dann auf diesen Text eingehen. Bis zum nächsten Video wünsche ich Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020